51.16756,45291 Reit war eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die mit dem Düsseldorf-Gesetz im Zuge der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen am 1. Januar 1975 mit der Stadt Mönchengladbach und der Gemeinde Wigra zur heutigen Stadt Mönchengladbach vereinigt wurde. Geschichte Zwischen 985 und 999 tauschten die Bistümer Köln und Lüttich mehrere Pfarreien, darunter die Parochie im Reite, untereinander aus. Die Herkunft des Namens ist ungewiss, leitet sich aber möglicherweise vom althochdeutschen Ryuti ab. Das Gebiet am Niederrhein wurde ursprünglich keltisch besiedelt, in römischer Zeit ist ebenfalls eine Besiedlung nachgewiesen. Zu dieser Zeit war der germanische Stamm der Obier hier von den Römern angesiedelt worden. Reit gehörte gegen Ende des 14. Jahrhunderts zum Herzogtum Jülichberg. Zuvor regierten die Markgrafen Weilram von Jülich, Gerhard VII. von Jülich und Wilhelm VI. von Jülich. 1348 kommt das Herzogtum Berg zu Jülich. Danach entwickelte sich Reit zur Unterherrschaft mit eigener Verwaltung. Die zur preußischen Rheinprovinz und zum Landkreis Gladbach gehörige Stadt wurde zum 1. April 1907 eine kreisfreie Stadt im preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf an der Niers. Die Stadt beherbergte 1919 ein Amtsgericht, eine Oberrealschule mit Reformgymnasium, ein Lyzeum, ein Lehrerseminar, eine Handels- und Gewerbeschule für Mädchen sowie Textileisen und Papierindustrie und Kabelwerke. Am 1. August 1929 wurde Reit mit der kreisfreien Stadt München-Gladbach, der Stadt Odenkirchen sowie den Gemeinden Giesenkirchen und Schelsen zur kreisfreien Stadt Gladbach-Reit vereinigt. Jedoch bereits 1933 auf Veranlassung des aus Reit stammenden damaligen Reichspropagandaministers Josef Goebbels wieder getrennt. Danach umfasste das Reiterstadtgebiet die Orte Reit, Odenkirchen, Giesenkirchen und Schelsen. Der Wiederaufbau der stark zerstörten Innenstadt erfolgte nach Plänen des Architekten und Architekturpublizisten Alfons Leitel. Ein besonders prägnantes Element dieser Wiederaufbauplanung ist die Kammbebauung an der Hauptstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1947 in Reit der Deutsche Werkbund neu gegründet. Die von Hans Schwippert organisierte Veranstaltung wurde mit dem Reiter-Manifest abgeschlossen. Am 12. September 1968 überschritt die Einwohnerzahl die Marke von 100.000 und Reit wurde damit zur Großstadt. Doch 1974 fiel die Einwohnerzahl wieder unter diese Schwelle. Am 1. Januar 1975 wurde Reit schließlich nach Mönchengladbach eingemeindet. Zu den Religionen in Reit siehe den Artikel Mönchengladbach. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter bzw. der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die ortsanwesende Bevölkerung, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. Anmerkungen 1. Volkszählungsergebnis im Jahre 2000 hatte Reit insgesamt 66.283 Einwohner. Diese verteilten sich wie folgt. Reit West 24.077 Politik An der Spitze der Gemeinde Reit standen nach der gut zährlichen Verfassung die Gerichtsschiffen und die Vorsteher der sechs zur Gemeinde gehörigen Hornschaften. Sie vertraten die Gemeinde Reit gegenüber dem Landesherrn. In französischer Zeit ab 1794 gab es drei Mitglieder der Munizipalität. In preußischer Zeit leitete ein Bürgermeister die Stadtverwaltung, der nach 1889 meist den Titel Oberbürgermeister trug. Ihm stand ein Rat zur Seite. Während der Zeit der Nationalsozialisten wurde der Oberbürgermeister von der NSDAP ernannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung der britischen Besatzungszone Dr. Karl Markus als neuen Oberbürgermeister ein. Markus arbeitete ab 1938 als Sekretär des Geheimdienstlers Kurt Janke nach seiner Zeit beim Büro Janke, einem privaten Nachrichtendienst, der unter der Schirmherrschaft von Rudolf Hels arbeitete und 1941 mutmaßlich an den Vorbereitungen für dessen Flug nach Schottland beteiligt war, wurde er später deutsch-britischer Doppelagent mit dem MI6-Decknamen Dickchen Ari. 1947 wurde kulportiert, dass Markus die Rennstrecke Grenzlandring entdeckt habe. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt 1948 nahm er neue Aufgaben im kulturpolitischen Bereich wahr. 1946 führte sie die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten Rat der Stadt, dessen Mitglieder man als Stadtverordnete bezeichnet. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den Oberbürgermeister als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab 1946 einen ebenfalls hauptamtlichen Oberstadtdirektor als Leiter der Stadtverwaltung. Dieser Verwaltungsaufbau bestand bis zur kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1975. Siehe auch, Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister 1808-1974 Bürgermeister der Stadt Reit 1808-1823 Dietrich Lenzen 1823-1857 Johann David Büschkens 1857-1877 Karl Theodor von Welsen 1877-1893 Emil Palke 1893-1901 Wilhelm Strauss 1901-1905 Karl August Dettenborn Oberbürgermeister des Stadtkreises der kreisfreien Stadt Reit 1906-1920 Paul Leewald 1920-1929 Oskar Grämer 1929-1930 Franz Gielen 1930-1933 Johannes Hans Schumacher Zentrum 1933-1999 Wilhelm Pelzer NSDAP 1933-1936 Edwin Renatus Hasenjäger DNVP dann parteilos 1936-1940 Heinz Gebauer NSDAP 1940-1945 Alexander Dürmens 1945-1999 Heinrich Vogelsang 1945-1999 August Brucher 1945-1948 Karl Markus 1948-1950 Heinrich Pesch 1950-1956 Johannes Schollen 1956-1961 Wilhelm Schiffer 1961-1963 Friedrich Hinnah 1963-1964 Fritz Rahmen 1964-1969 Wilhelm Schiffer 1969-1974 Fritz Rahmen Oberstadtdirektoren 1946197419469999 Ernst Alex 1946-1949 Ernst Alex 1946-1949 Heinrich Reskin 1949-1949 Heinrich Reskin 1949-1950 Peter Heck 1950-1956 Karl Rüther 1956-1968 Josef Ott 1968-1974 Josef Ott 1968-1974 Helmut Freun Verkehr Ab 1956 gab es das Kfz-Unterscheidungszeichen RY der kreisfreien Stadt Reit Im Zuge der Gebietsreform in NRW wurde Reit im Jahre 1975 in die Stadt Mönchengladbach eingemeindet und mit dem Verlust ihrer Unabhängigkeit verlor. Sie auch das eigene Kfz-Kennzeichen es wurde nicht mehr amtlich vergeben. Seit dem zweiten Quartal 2015 ist dies aber wieder möglich. Im Kern der alten Stadt Reit befinden sich das Kfz-Unterscheidungszeichen. Reit-Hauptbahnhof und Reit-Güterbahnhof. Letzterer wird jedoch nur noch zum Abstellen von Güterzügen und von Zügen für das Prüfcenter Weg Bergwildenrad genutzt. Trotz der Eingliederung in die Stadt Mönchengladbach im Jahr 1975 wurde der Hauptbahnhof nicht umbenannt, sodass Mönchengladbach als weltweit einzige Stadt zwei Hauptbahnhöfe hat. Die Reiterbahnhöfe liegen beide an der Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach und dem im Hauptbahnhof Beginnenden Eisernen Rhein, der bis zum Güterbahnhof parallel zur Strecke nach Aachen verläuft. Ebenso beginnt am Hauptbahnhof die Bahnstrecke Reit-Köln-Ehrenfeld. Ein weiterer Personenbahnhof im Gebiet der ehemaligen Stadt Reit ist der Bahnhof Reit-Odenkirchen, der sich an der Strecke nach Köln befindet. Bis in die 1980er Jahre verlief zwischen dem Bahnhof Reit-Odenkirchen und Mönchengladbach Hauptbahnhof auf einer zur Strecke zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Reit-Hauptbahnhof parallelen Trasse über die Bahnhöfe Reit-Müllfurt und Reit geneigten die Bahnstrecke Mönchengladbach-Stolberg. Von dieser Strecke ist heute nur noch das Teilstück zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Reit geneigten erhalten, das für Güterverkehr genutzt wird. Der RöPNV in Reit wird abgesehen von der Eisenbahn hauptsächlich durch die Busse der New geleistet. Reit liegt als Stadtteil von Mönchengladbach im Tarifgebiet des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Früher wurde der Nahverkehr in der Stadt von der Straßenbahn Reit bzw. dem Oberleitungsbusch Reit gewährleistet. Veranstaltungen Seit 2006 wird im Schloss Reit die Sommermusik Schloss Reit aufgeführt. Dabei treten im Zeitraum von einer Woche Musiker aus den Bereichen Klassik, Rock, Pop, Jazz, Swing und Beat auf. Vertreten sind sowohl lokale Gruppen aus Mönchengladbach als auch internationale bekannte Künstler. Im Jahr 2011 hat etwa Gilbert O. Saliven dort seinen einzigen Auftritt in Nordrhein-Westfalen. In Reit wird im Rahmen des Reiterblumenkursos die Goldene Blume von Reit verliehen. Der Preis gilt als der älteste deutsche Umweltschutzpreis. Sport Einer der bekannten Vereine von Reit ist der Reiterspielverein, auch SPÖ genannt. Im Jahr 1950 stieg die Fußballmannschaft unter der Regie von Spielertrainer Fritz Plisker in die Oberliga West auf. In der damaligen Zeit die höchste Spielklasse. Nach dem Abstieg 1952 folgte unter Trainer Hennes Weisweiler 1953 der direkte Wiederaufstieg. Allerdings stieg man bereits ein Jahr später erneut in die Zweitklassigkeit ab. Im Jahr 1965 stieg die 1. Hockeymannschaft in die Oberliga auf. Der Reiterspielverein trägt seine Spiele im Jahnstadion aus. Die Hockeyherrenmannschaft spielte in der Hallensaison 2008-09 in der 2. Bundesliga West und in der Feldsaison 2008-09 in der 2. Bundesliga Nord. Ebenfalls in Reit liegt das Grenzlandstadion in dem die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ihre Spiele austrägt. Sehenswürdigkeiten Bürgerhäuser an der heutigen Ende Polstraße ebenfalls nach Entwürfen von Robert Neuhaus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Evangelische Friedenskirche Reit Geneiken 1864 zu 66 Erbaut Entworfen von Maximilian Null im historistischen Stil der Neu-Gothik Evangelische Hauptkirche Reit 1899 zu 1902 Erbaut Entworfen von Johannes Otzen im historistischen Stil der Neu-Romanik und im Inneren nach dem Wiesbadener Programm gestaltet 1943-1944 durch Bombenangriffe beschädigt 2004 Restaurierung des Innenraumes mit weitgehender Wiederherstellung der 1962 entfernten Ausmalung mit Einflüssen des Jugendstils Berufsschule Mönchengladbach Reit-Milford 1938 zu 1955 Erbaut Entworfen von Emil Fahrenkamp Katholische Kirche Sankt Franziskus Reit Geneiken 1932-33 Erbaut Entworfen von Dominikus Böhm Katholische Pfarrkirche Sankt Marien 1853 zu 1855 Erbaut Entworfen von Vincent Statz im historistischen Stil der Neu-Gothik Wiederaufbau und Umbau durch Alfons Leitl nach dem Zweiten Weltkrieg Palke Bad Mönchengladbach Reit 1969 Erbaut Benannt nach Emil Palke seit Januar 2008 wegen Sanierungsbedarf geschlossen Seit April 2008 unter Denkmalschutz 2012 nach erfolgreicher Sanierung wiedereröffnet Rathaus Reit 1894 zu 96 Erbaut Entworfen von Robert Neuhaus im historistischen Stil der Neu-Gothik Schloss Reit Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert Herrenhaus Erbaut von 1534 zu 72 Entworfen von Maximilian Pasqualini Umbau zum Gästehaus von Josef Goebbels durch Emil Fahrenkamp während der NS-Zeit Stadthalle Reit 1928 zu 1930 Erbaut Entworfen von Walter Fischer, Hans Pölzig, Max Littmann Umbau 1982 zu 1984 Entworfen von HPP Spezialitäten Ongevede oder Ungeschwede ist eine Reiterbrotspezialität, die man inzwischen auch in einem etwas erweiterten Umkreis kaufen kann. Das Brot aus frischem und somit noch ungeschwitztem Weizen- und Roggenmehl versetzt mit Korinthen und Zimt gibt es nur unmittelbar nach der Getreideernte zu kaufen, etwa von Ende Juli bis Ende September Persönlichkeiten Hauptartikel Liste Mönchengladbacher Persönlichkeiten Johann Wilhelm Preyer, Künstler Luise Preyer, Künstlerin Hugo Junkers Unternehmer und Flugzeugkonstrukteur Hermann Hirsch, Maler und Bildhauer Alexander Frenz, Maler der Moderne Ernst Jakob Christoffel, Theologe und Gründer der Christoffel-Blindenmission Clara Grunwald, Montessori-Pädagogin Leo Rape, deutscher Rechtsgelehrter Otto Beckers, preußischer Oberlehrer und bildungspolitischer Fachautor Wilhelm Momak, Schriftsteller Paul Bergler-Schröhr, Schriftsteller Josef Antkin, Politiker Werner Gilles, Künstler Heinz-Eduat Menche, deutscher Marineoffizier Konteradmiral der Reichsmarine Zuletzt Einsatz im Zweiten Weltkrieg August Bach, Journalist und CDU-Politiker in der DDR Josef Goebbels, Politiker NS-Propagandaminister Peter Eckens, Politiker Alfred Kamphausen, Kunsthistoriker und Museumsdirektor Arthur Petzold, Präsident der Bundesbahndirektion Hamburg Otto Hartloff, Künstler Emil Tedi, Forster, Unternehmer und Rennfahrer Liesel Frenkel, Überlebende der Schauer, Autobiografische Zeitzeugin Johannes Botterweg, Theologe Heinz Sielmann, Tierfilmer Ruth Lommel, Schauspielerin Hans-Helmut Esser, Professor für reformierte Theologie Moderator des reformierten Bundes von 1973 bis 1982 Ernst Wilhelm Hanschumacher, Rechtsanwalt, Bürgermeister von Meerbusch Heinz Kremers, Evangelischer Theologe Hermin Esser, Opernsänger Karl-Heinz Beckurz, Kernphysiker Alexander Arns, Fernsehregisseur Manfred Sachse, Schmied, Autor und anerkannter Experte für der Maststall Uwe Erichsen, Schriftsteller Meinhard Klaassen, Mediziner Hilmar Hofer, ehemaliger deutscher Fußballspieler Andreas Birkmann, Politiker Rolf Herings, Leichtathlet und Fußballtrainer Dieter Pauli, ehemaliger deutscher Erstliga-Fußballschiedsrichter Gerd Theissen, Neutestamentler Peter H. Krammer, deutscher Immunologe und Krebsforscher Jürgen Arez, ehemaliger Staatssekretär Kajo Breuer, Kommunalpolitiker und ehemaliger kommissarischer Oberbürgermeister Saarbrückens Hildegard Wester, Politikerin Günther vom Dorb, Hörfunk-Moderator und Autor Gabriele Schreiber-Sara, Übersetzerin aus dem Finnischen Nick Ebert, Karikaturist Peter Rimmer, Altphilologe Axel Breitung, Musikproduzent Volker Pispers, Kabarettist und Autor Harald Zillikens, Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Jüchen Tobias H. Strömer, Rechtsanwalt und Autor Jürgen Wieshoff, Journalist, Autor und Erfinder Bernd May, Architekt, lebte bis zu seinem 18. Lebensjahr in Reit Ellen Lohr, Rennfahrerin Svenja Pages, Schauspielerin Heinz-Harald Frenzen, Rennfahrer Bernd Kadorf, Mediziner und Buchautor Axel Ockenfels, Wirtschaftswissenschaftler Gregor Schneider, Künstler Mario Kaiser, Journalist und Autor Ansgar Heveling, Politiker MdB Sonja Oberen, Triathletin und Langstreckenläuferin Sheikuntal Abanagy, Fernsehjournalistin Nick Heidfeld, Rennfahrer Charlotte Roche, Fernsehmoderatorin Soma Cem, Rapper Soma Cem, Rennfahrer